In Écuadors Hauptstadt Quito hat es bei schweren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten mehrere Verletzte gegeben. Die Proteste richten sich gegen eine Erhöhung der Spritpreise in dem südamerikanischen Land, die die Warenpreise in die Höhe treibt und die die indigene Bevölkerung am härtesten trifft. Sie fordert eine Rücknahme der Subventionskürzungen. Mit den Einsparungen in Höhe von jährlich 1,4 Milliarden Dollar will Staatschef Lenin Moreno den defizitären Staatshaushalt sanieren. In einer Fernsehansprache rief Moreno die Demonstranten zum Dialog auf, diese lehnten zunächst ab. Sie beklagten zudem die unverhältnismäßige Polizeigewalt. Wir wollen eines richtigstellen. Wir wollen, dass ein Erlass rückgängig gemacht wird, der alle Äquadorianer betrifft. Wir sind nicht hier, um die Hauptstadt zu verwüsten. Bereits seit neun Tagen gehen Vertreter der indigenen Völker, Gewerkschaften und Studenten auf die Straße. Die Proteste haben bereits vier Todesopfer gefordert, darunter auch ein regionaler Führer der Urbevölkerung. Gemeine von Urbevovölkerung imziehen Wilder Die Völkerung ist nochHY también nicht genauer. Rem бой bei uns wärmer. Wir wollen die unterschiedliche Lesaper. Nach dem Haus im Geburgo Was HTTOS aufger плцевigt ist. Beau Widervale, die USA in Hudson Castle amrer. Vielen Dank.